Hallo und herzlich willkommen zum Teil 3 von Fit in Vectorworks. Im heutigen Schulungsvideo behandeln wir das Thema Gebäudemodell. Wie erstelle ich ein Gebäudemodell mit Böden, Wänden, Stützen und so weiter. Dazu mache ich folgendes. Ich schliesse dieses Dokument und starte mit einer Vorlage. Wir haben für jedes deutschsprachige Land eine BIM-Vorlage erstellt. Ich nehme in meinem Fall jetzt die BIM-Vorlage für die Schweiz. Es geht darum, dass in dieser BIM-Vorlage schon ein paar Werte eingestellt sind. Besonders interessierend tut uns natürlich das Thema der Geschosse zu Beginn. Wenn ich in Menü Extras auf Organisation gehe, sehe ich zuerst meine Klassenstruktur. Diese Klassenstruktur entspricht in der Schweiz dem EBKPH-Standard und ist angelehnt an diesen Standard, wo wir zum Beispiel das Thema der Fassade haben. Also alle Außenhüllen-Elemente sind in E abgelegt und zum Beispiel eine Innenwand liegt dann eben in der Klasse C2. Dann gibt es die sogenannten Konstruktionsebenen, auf denen werden wir unser Modell erstellen. Und diese sind verknüpft mit einem Geschoss. Ein Geschoss ist also sozusagen die Verwaltung von Konstruktionsebenen. Wir sehen, dass es immer zwei Ebenen gibt. Es gibt eine, wo wir unsere Grundrisselemente reinzeichnen, wie zum Beispiel Wände, Möblierung, Bemasken und so weiter. Und wir haben eine Ebene, wir nennen das schnittrelevante Elemente, wie zum Beispiel die Bodenelemente oder Deckenelemente. Ich wechsle nun zu den Geschossen 3D, wo wir sehen, dass wir jedem Geschoss eine sogenannte Basishöhe zuweisen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Obergeschoss die Basishöhe auf 3 Meter korrigiere, indem ich auf den kleinen Stift klicke, mit Enter bestätige, kommt gleich die Frage, ob jetzt auch das Dach geschoben werden soll, sodass dann dieses eben neu auf 5,70 Meter liegt. Das heisst, alle Objekte, wir haben jetzt ja noch keine erstellt, würden aber natürlich sich automatisch anpassen und würden den neuen Wert erhalten. Jetzt reicht es natürlich nicht, wenn wir ein Erdgeschoss oder Elemente, die zum Erdgeschoss hören, nur mit einer Höhe versehen können. Ihr kennt alle die Situation, es gibt Wände, die zum Beispiel auf dem Fertigboden liegen oder die mobil sind, die man also nicht auf den Rohboden zieht. Sowieso kennen wir Roh- und Fertigboden. Wir haben also schon dort zwei unterschiedliche Höhen. Und hier kommt jetzt das doch sehr intelligente System von Vektoröx zum Tragen mit den Referenzhöhen. Wir können beliebig viele Referenzhöhen erfassen. Ihr seht, es gibt da bereits OK-Fertig, OK-Row und UK-Row. Also die drei, ich sage mal, wichtigsten Referenzhöhen sind natürlich standardmässig alle schon drin. Gut, gehen wir auf OK. Jetzt beginnen wir doch gerade kurz mit dem Erstellen eines Bodens. Ich wähle dazu die Ebene Schnitt oder eben schnittrelevante Elemente an. Ich habe dann hier den sogenannten Bodenstil. Wenn ich da draufklicke, kann ich auswählen aus verschiedenen Vorgaben, die es da gibt. Und sobald ich einen ausgesucht habe, kann ich natürlich da auf die Einstellungen klicken und mir den im Detail anschauen lassen. Da steht jetzt, ich habe einen Rohboden, der hat eine Betoschale mit 20 cm Dicke. Die Bezugsschale ist die Oberkante, das heisst, hier müsste OK-Row stehen. Das passt natürlich und eingefügt wird das jetzt als Geschossdecke. So, zum Erstellen habe ich hier die verschiedenen Methoden. Ich beginne mal kurz da mit 8 m, dann nehme ich 12 m in diese Richtung und dann gehe ich mit 4 m runter, 4 m rüber. Und an der Stelle möchte ich jetzt eigentlich abschliessen. Da drücke ich die Taste C wie Close und dann zeigt er mir das selbstständig fertig. So, ich wechsle jetzt mal kurz in die Mehrfenstertechnik. Dann sehen wir nämlich da auch gleich den Boden, wie der angelegt ist. Wir sehen hier übrigens auch, dass er bereits auf einem Minusbereich liegt. Wir haben da das schwarze, sind die Schnittlinien, die wir da als Referenz sehen. Und jetzt stellt sich die Frage, weshalb ist er automatisch auf Minus? Das ist natürlich so, dass wir einen Rohboden erstellt haben. Also wenn ich nochmals die Geschosse kurz aufrufe und im Erdgeschoss schaue, dann ist OK-Row auf minus 12. Das sehe ich übrigens auch, wenn ich jetzt hier die Ebene wechsle auf das hier. Und ich habe hier die Option gewählt, sodass ich den Boden immer noch aktivieren kann. So, dann wird er als minus 12 angezeigt. Ich stelle das jetzt wieder um. Ich will den ja nicht aus Versehen verschieben, sondern ich brauche den nur als Referenz. Ich habe da die Fangpunkte. Hier kann ich also immer die verschiedenen sichtbaren Ebenen steuern. So, kommen wir zu den Wänden. Wenn ich jetzt eine Wand mir anschaue, ist das eigentlich gleich wie beim Boden. Ich habe einen sogenannten Wandstiel. Ich nehme jetzt da mal diese Aussendämmung und kann dann auch gleich da wieder die Einstellungen aufrufen. Speziell ist, ich habe hier eine mehrschalige Wand. Das heisst, es ist vermutlich nicht korrekt, wenn jede Schale gleich hoch ist. Ich habe bei den Einfügeoptionen die Variante O-Karot und U-Karot gewählt mit Geschoss darüber. Das passt ja eigentlich ganz gut für die Backsteinschale, aber vielleicht weniger für die Dämmung. Und wir sehen da bei Ober-Unterkante sind auch verschiedene Werte drin. Das bedeutet eben, ich kann bei Vectorworks jeder Wandschale eine eigene Höhe zuweisen und das wirklich so modellieren, wie es gebaut wird. Sprich, die Dämmung läuft ja dann vor der Stirnseite der nächsten Decke durch. Deshalb ist hier auch ein anderer Wert gewählt. Hier unten ebenfalls. Und was bedeutet das aus der Sicht des Modells? Ich gehe da jetzt raus. Ich zeichne jetzt die Wand. Übrigens da noch kurz die Leitlinie, die ist bei uns beim Zeichnen relevant. Später dann überhaupt nicht mehr. Aber schauen wir das kurz an. Wenn ich das jetzt so zeichnen würde, wäre das natürlich falsch. Ich möchte ja, dass die Dämmung außen liegt. Also wir sehen es da auch in der Ansicht von rechts, dass das nicht stimmt. Und deshalb kann ich da umstellen, dass die Kernschale zählt. Die Kernschale ist in dem Fall, kurz schauen, der Backstein, genau, oder das Mauerwerk. Und jetzt kann ich einfach da so natürlich rumklicken und das entsprechend so zuweisen. Und wenn das fertig erstellt ist, dann sehe ich dann, dass eben genau die Dämmung runterläuft, die Betto-Schale ranstosst und oben das Mauerwerk draufkommt. Das Erstellen dieser sechs Wände war jetzt natürlich nicht eine Riesensache. Es würde aber noch schneller gehen, wenn ihr nämlich die Rechteck-Methode kennt. Könnt ihr einfach hingehen und sagen, ich zeichne da ein Rechteck. Plus, ich habe da nochmals ein Rechteck, das reingeschnitten wird. Mit der Optionen-Taste habe ich das jetzt gemacht, also mit Alt oder Option. Dann wird das automatisch so weggeschnitten. Das ist also super einfach und super schnell. Jetzt, was passiert bei einer Änderung? Ich hole mir da kurz den Boden. Der Boden ist natürlich jetzt nicht mit den Wänden verbunden, weil ich den ja zuerst gezeichnet habe. Deshalb sage ich Wände wählen. Und jetzt kann ich da einfach hingehen und diese Wände, die mit dem Boden verknüpft sein sollen, kann ich alle anwählen. Da ein bisschen reinzoomen. So. Und sobald die alle okay sind, drücke ich Enter. So. Und jetzt weiss der Boden, dass er mit den Wänden verbunden ist, was eben bedeutet, selbst wenn jetzt da wieder diese Option ist, also der Boden nicht angewählt werden kann. Wenn ich da diese Wand verschiebe um einen Meter, ich mache das jetzt gleich in 3D, dann kommt der Boden automatisch mit. Ist also gleich nachgetragen, ohne dass ich da etwas dazu sonst noch beitragen müsste. So. Jetzt, wie funktioniert das mit einer Stütze? Wir können vielleicht diesen Bereich da noch kurz ein bisschen nach unten ziehen. So. Und nehmen wir da das Stützenwerkzeug. Auch hier haben wir natürlich Vorgaben. Ich möchte zum Beispiel eine runde Stütze platzieren. Ich kann da noch kurz die Einstellungen öffnen. Auch da sage ich jetzt natürlich O-Karro. Bis zum Beispiel U-Karro-Geschoss darüber. Also genau gleich, wie wir das bei Wänden zuweisen können. Danach klicke ich einfach da in diesen Bereich. Definieren noch die Richtung. Und wie ihr seht, ist das bereits da zugewiesen. Da vielleicht noch kurz die Kontrolle, ob das wirklich stimmt. O-Karro und U-Karro-Geschoss darüber. Und dann muss ich da natürlich noch den Abstandswert auf 0 reduzieren. Und dann sehen wir, dass das Resultat 2,50 Meter ist. So, das also kurz zum Thema, wie man diese Bauteile verknüpft mit den Geschosshöhen. Und jetzt kommt eben der spannende Punkt, wenn ich jetzt natürlich da in die Organisation gehe. Und ich brauche da auch nur eine kleine Änderung. 2,80 Meter. Wir haben ja, die Stütze war 2,50 Meter. Wir sehen das in der Infopalette noch. Ich gehe hin und habe das jetzt entsprechend geändert. Das heisst, dass eben da jetzt 2,80 Meter. Das Dach soll auch geschoben werden auf 5,50 Meter. Und wenn ich da rausgehe, dann sehen wir, dass die Stütze jetzt 2,60 Meter ist. Er passt das also automatisch so an. Die Schnittlinien übrigens kann man natürlich über die Klasse auch ausblenden. Da gibt es einen tollen Filter. Wenn ich da in der Suchfeld einfach Schnitt eintipe, dann sehe ich Schnittlinien. Dann kann ich einfach so das Ganze ausblenden, damit mir die da nicht in die Quere kommen. So, wie geht es weiter mit dem nächsten Geschoss? Natürlich ganz einfach. Ich kann jetzt hingehen und eigentlich mir diese Informationen hochkopieren. Ich nehme mal die Wände und sage einfach kopieren. Gehe dann ins Obergeschoss und sage hier einfügen an Originalposition. Dann kommt das natürlich genau an der gleichen Stelle. Das gleiche kann ich mit dem Boden machen, kopieren und den hier einfügen an Originalposition. Fürs Dach gibt es da vielleicht noch dann eine Zusatzfunktion. Wenn ich mir jetzt das hier oben anschaue, ich klicke da mal kurz diese eine Wand an. Oder besser gesagt, ich nehme da gleich alle Wände, ausser die Stütze. Dann ist es natürlich jetzt so, dass die Dämmung vermutlich da weiter hochlaufen muss, damit ich da noch genügend Platz habe für eine saubere Abdichtung eines Flachdachs. Und ich möchte jetzt aber nicht die Wand grundsätzlich ändern, weil im Erdgeschoss passt das ja. Das heisst, ich habe nur in diesem Geschoss eine Änderung zu vollziehen und dann klicke ich einfach da auf Schalen und sage da bei der Wärmedämmung, ich brauche da halt noch 30 Zentimeter dazu. Tippe das so ein. Und das Resultat ist, dass eben jetzt in diesem einen Geschoss die Dämmung 30 Zentimeter nach weiter oben geht. Bei allen anderen Geschossen bleibt das so drin. So, schauen wir uns kurz mal Innenwände an. Bei den Innenwänden grundsätzlich gleiches Prinzip. Ich habe da einen Stiel, ich nehme jetzt da meine Betto-Wand und ich möchte da jetzt eine Innenwand zeichnen. Ich kenne die Distanz. Das heisst, ich kann da beginnen zu zeichnen, entweder mit dem Polygon. Das würde bedeuten, dass ich da einen temporären Nullpunkt setzen muss. Das geht mit der Taste G. Ich zeige das gerade kurz. Also ich gehe da hin und sage G. Und dann tippe ich mit Tabulator ins Längefeld oder springe ins Längefeld und sage 3 Meter. Und dann kann ich an der Stelle hier beginnen zu zeichnen. Wenn ich jetzt feststelle, dass die Wand auf der anderen Seite erstellt werden soll, dann könnt ihr einfach hier oben wechseln oder mit der Taste U, um dann so diese Wand zu zeichnen. Das Ganze geht aber noch einen Tick schneller. Wenn ihr auch hier die Rechteck-Methode einsetzt, dann klickt ihr nämlich einfach da. Ihr zieht darüber. Ihr müsst nur den Y-Wert eingeben von 3 Meter. Der X-Wert wird ja definiert durch die Wand, die da endet. Und so könnt ihr natürlich auch zum Beispiel da 3,50 Meter eintippen. Der Rest ist auch wieder gegeben und dann geht das wirklich super schnell. Das Ganze geht auch für solche Elemente. Also auch da könnt ihr einfach mit der Rechteck-Methode arbeiten. Hier vielleicht noch ein kurzes Beispiel, wie das mit dem Wende-Zusammenfügen funktioniert. Also wenn ich jetzt da zum Beispiel eine Wand zeichne, die einfach so im Raum steht, dann kann ich natürlich mit dem Werkzeug Wende zusammenfügen, zum Beispiel eine T-Verbindung erzeugen, indem ich sage, diese Wand soll mit der verbunden sein. Dann wird das so entsprechend verlängert. Wenn ich jetzt zwei Wände habe, dann ist wichtig zu wissen, dass die in der Gehrung verbunden worden sind, mindestens in der Standardeinstellung. Was bedeutet, wenn ich da jetzt sage, diese Wand ist 20 Zentimeter tiefer, dann ist natürlich das hier nicht ein gewünschtes Resultat. Und hier kann ich dann auch wieder mit Wände zusammenfügen. Zusammenfügen mache ich eine L-Verbindung plus ich sage mit Abschluss und dann kann ich definieren, welche der beiden Wände soll jetzt entsprechend gerade abgeschnitten sein. Die Wände, wenn ich die so verbunden habe, die sind auch alle in einem sogenannten Wandnetzwerk. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und ich schiebe zum Beispiel diese Wand einen Meter nach unten, dann werden natürlich alle Wände mitgezogen, die verbunden sind. Wenn ich jetzt hier, ich mache das kurz rückgängig, wenn ich eine Situation habe, dass das als Ganzes heruntergezogen werden soll, dann kann ich hingehen, ich aktiviere meine Grundrisse und dann nehme ich hier dieses Umformwerkzeug und mit dem kann ich da einen Rahmen definieren und dieser Rahmen wird dann als Ganzes entsprechend so runtergezogen. Das heißt, ich habe dann Elemente, die im Rahmen drin sind, die als Ganzes mitgehen und andere, die sich wieder anpassen. Die Wände sind also eigentlich immer in einem sogenannten Wandnetzwerk und das bietet mir natürlich sehr viele Vorteile, zum Beispiel auch, wenn ich jetzt den Fertigboden erstellen möchte. Ich brauche da im Zimmer zwei Fertigböden noch. Ich gehe nochmals aufs Bodendeckenwerkzeug und klicke jetzt einfach da rein und sage, ich habe da einen Fertigboden. Die Einstellungen sind jetzt natürlich mehr schalig, weil ich da Trittschalldämmung habe, Unterlagsboden und eine Schicht oder einen Belag und jetzt kann ich einfach da reinklicken, weil es ist ja klar, durch das die Wände verbunden sind, welches ist der Boden oder wo soll der Boden enden und dann kann ich das so einfach direkt im 3D reinklicken. Und auch da jetzt natürlich großer Vorteil, ich schiebe die beiden Böden noch kurz auf die Ebene, wo auch der andere Boden liegt. Wenn ich jetzt diese Wand hier um einen halben Meter nach rechts schieben muss, dann ist das auch so, dass natürlich alle Böden angepasst sind. Also ich habe da nie wirklich Aufwand, das irgendwie nachzutragen oder an zwei Stellen zu ändern. So, jetzt vielleicht noch als Abschlussthema. Es gibt natürlich auch Wände, die wie Fassadensysteme funktionieren, also die sogenannten Pfostenriegelfassaden. Und da gehe ich jetzt hin und ersetze mal kurz diesen Stil. Ich sage da einfach ersetzen in der Infopalette, das heisst, ich will die Wand austauschen. Und ihr seht, da gibt es jetzt ein Pfostenriegelsystem. Da die Dicke jetzt nicht mehr gleich ist, muss ich da natürlich definieren, welche Kante soll stehen bleiben. Ich nehme da jetzt mal die linke Seite, also die Außenkante soll bleiben. Der Rest kann ich da eigentlich ausschalten. So, und jetzt wird diese Wand ersetzt durch eben dieses Pfostenriegelsystem. Was ich natürlich beachten muss, ich schalte mal kurz das Erdgeschoss auf unsichtbar. Ich habe jetzt hier Übergänge, die vermutlich nicht mehr passen. Ich habe auch einen Boden, der jetzt da nicht mehr ganz passt. Und das Erste, was ich machen muss, ist, ich gehe da mit der L-Verbindung hin und definiere, dass dieses Element so endet. Also sprich, ich ziehe das entsprechend an die richtige Stelle. Ich müsste dann vorne sicher noch die Dämmung entsprechend anpassen. Oder ich ziehe es gleich vorne durch, dann müsste ich da ein breiteres Element machen. Können wir auch so mal kurz definieren. Jetzt, wenn ich mir dieses so anschaue, dann eine Möglichkeit ist jetzt natürlich, das Raster zu verändern. Dafür gibt es extra ein Werkzeug, mit dem ich das hier machen kann. Also ich kann da zum Beispiel so den Raster entsprechend schieben. Das kann ich in jeder Darstellung tun. Plus, ich könnte jetzt hingehen und zum Beispiel auch da mal schnell die Elemente trennen. Also sprich, da eine Trennung erzeugen und auch da eine Trennung erzeugen. Weshalb mache ich das? Das hat den Vorteil, dass ich jetzt das Element zum Beispiel weglöschen kann. Und auch das Element weglöschen kann. Und dann zum Beispiel da hingehen kann und sagen, da habe ich mit Rechtsklick eine Füllung. Und diese Füllung ist eben kein Glas mehr, sondern ist ein Panel mit einer Blende. Welches dann nicht durchsichtig ist, sondern da nehmen wir zum Beispiel einfach eine Farbe. Und dann wird das entsprechend dann so zugemacht. Und in diesem Panel könnte dann natürlich auch die entsprechende Wärmedämmung jetzt Platz haben. So, ich schalte mal mit Optionen-Taste, klicke ich vorne drauf, dann werden gleich alle Ebenen sichtbar. Dann habe ich alles so zusammen. Ich gehe jetzt hin und hole mir noch kurz zusätzlich einmal den Boden vom Erdgeschoss. Und zwar brauche ich da den Rohboden, damit ich den nochmals kurz hochkopieren kann. Ich möchte nämlich da den auf dem Dach einfügen. Und da sehe ich jetzt auch, dass ich den kurz anpassen muss. Das mache ich jetzt am besten hier im Grundriss. mache ich einen Doppelklick drauf und sage, ich möchte den umformen. Und dann habe ich die ganz normalen Umformmöglichkeiten, wo ich zum Beispiel festlegen kann, dass der bis nach vorne laufen soll, damit das so zu ist. Danach blende ich das gleich aus, wechsle ins Obergeschoss. Da habe ich nämlich das gleiche Thema. Auch da Doppelklick umformen. Und ich ziehe den auch wieder da so nach vorne. So, damit ist das eigentlich perfekt gelöst, dass ich jetzt alle Übergänge korrekt eingestellt habe. Und jetzt möchte ich hingehen und ich möchte eigentlich da ein ganz einfaches Rendering erstellen. Das heißt, wie wir es schon kennen, bei der Visualisierung setze ich mir einen Sonnenstand. Und da nehme ich auch wieder eher eine Uhrzeit um den Mittag herum. Ich muss aber kurz schauen, ob das passt. Beziehungsweise ich mache es jetzt so, dass ich das Ganze da drehe. Und zwar um 180 Grad. Also wie wenn Norden unten wäre. Hat natürlich den Effekt, dass das Licht dadurch die entsprechende Konstruktion reinkommt. Dann gehe ich hin und ich habe da die Kamera, wo ich sage, ich möchte eine Kamera platzieren. So, Augenhöhe passt. Ich sage auch gleich Kameraansicht aktivieren. Jetzt wechsle ich von der Mehrfenstertechnik in diese Version. Schalte jetzt noch das Dach ein. So, und schaue mir das mal kurz im OpenGL an. Das wäre also mein Raum mit diesen Elementen, die ich da erzeugt habe. Und auch da wirklich super einfach. Ich klicke da mal einfach auf Innenansicht. Das heisst, er rendert mir jetzt das Modell durch. Innenansicht hat auch gleich eine Umgebung. Und vor allem holt er sich jetzt von meinem Sonnenstand das ganze Licht rein. Berechnet das. Man sieht, dass er da so wie Lichtspiegelungen hat, die sich eben auf den Raum auswirken. Das heisst, vorne beim Fenster wird der Raum automatisch heller. Und nach hinten wird es dann entsprechend immer wie dunkler. Man sieht auch bei der Stütze bereits oben bei der Decke einen sehr schönen Effekt. Wo eben trotzdem noch ein Schatten sichtbar ist. Aussen, wie gesagt, ein Standardbild kann man natürlich auch austauschen oder ein eigenes hinterlegen. Oder dann auch via Photoshop das Ganze nochmals verändern. Ihr seht, das Rendering jetzt in dieser Qualität und auch schon mit Texturen drauf braucht vermutlich nicht allzu viel mehr als eine Minute. Also es ist absolut realistisch, dass wir da in sehr kurzer Zeit doch ein hochwertiges Rendering hinkriegen. Auch wenn da jetzt noch ein paar Möbel reinkommen, das wird nie und nimmer irgendwie eine Stunde oder sowas dauern. Gut, also das war es bereits zum Thema Geschosse, Bödenstützen und Wände. Ich freue mich, euch im nächsten Video begrüssen zu dürfen, wenn wir dann mit Fenstertüren, Symbolen und so weiter unterwegs sind.